Grüß Gott, mein Lieben. Jetzt sind wir wieder zurückgekommen von Amsterdam. Das war so was von geil, sage ich was, absolut delicious. Jetzt mache ich mir noch einen Flaschenerlauf heute. Wie gesagt, habe ich in den Niederlanden jetzt unseren neuen Käse gekostet. Der ist jetzt fertig. Den werden wir nächste Woche präsentieren und ich verrate nur so viel, das wird der Sommerhit. Das ist so was von gelungen. Ich bin total begeistert. Dann haben wir natürlich diese wunderschönen Tulpen mitgebracht. Tulpen aus Amsterdam. Und wisst ihr was das Beste ist? Ich bin jetzt zu Hause draufgekommen, die passen perfekt zu unseren 500er Servetten. Ist das nicht geil? Ich sage euch eins, life is wonderful. Prost meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Gesund bleiben. Prost.